Und damit jetzt willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 Äh, ich weiß nicht ob jetzt schon die ganzen Leichen despawned sind Ich befürchte ja, ich habe gerade mal verkauft Verkauf, äh, ich sammle jetzt nochmal eben bisschen Müll ein Die Tür ist verschlossen So, ich habe die Befürchtung die ganzen Leichen despawned Das finde ich nicht gut gemacht, also nicht nur nicht gut gemacht, das ist scheiße einfach nur Ne, also, Junge ich mache hier alles platt, jetzt liegen hier nur ein paar Waffen rum Danke für überhaupt nichts So, dafür, dass du halt gefühlt nirgendwo diese scheiß Verkaufsautomaten hast und die immer nach 5 Minuten leer sind Also, nachdem man diese 3 Items dann verkauft hat Toh, jetzt liegen hier 8 Waffen rum und das war's, ne, gut, gut Haufen seltener Item-Komponenten verloren, egal Ich benutze hier nicht Ich craft hier nie gefühlt Ich habe auch gar keine Ahnung, ob ich was Gutes zum Craften habe Wenn ihr da euch sicher seid, yo, du hast Dinge an Scheiß dann und dann eingesammelt, craft den mal, dann mache ich das auch Aber ansonsten habe ich halt wirklich nur Scheiße eigentlich Danke Da ist die Kiste So, da ist auch noch Müll Versteht mich nicht falsch, ne, ich beschwere mich nicht darüber, oh, ich hab so wenig Geld, oh, ich brauch so viel mehr Scheiß, oh, so doof, dass alles weg ist Sondern mir geht das einfach auf den Sack, dass ich hier quasi den ganzen Haufen Scheiß erarbeite und dann alles weg ist Achso, ne, ne, wollte ich nicht Die kann man leider auch nicht verkaufen Ich glaube auch nicht, dass der voll sein sollte, egal Wir verpissen uns jetzt hier wieder, würde ich sagen Und machen heute noch mal ein paar Zucker, wie heißt der Dreck Kommen wir heute nicht drauf Achso, übrigens, ne, ich hatte 165 Kilo eben noch Einfach, weil ich keinen Platz mehr hatte Äh, einfach, weil der Automat leer war Komplett dumm So, dann wollen wir noch mal nach da oben Servus Und Gurken da mal eben hoch Ich hoffe, das ist nicht wieder so eine große Sache Immer noch übel Halsschmerzen Bisschen belastend, muss ich sagen Kopfschmerzen kommen auch dazu Ich habe mir eben erstmal eine schöne Flasche Wasser reingefahren Ich habe viel zu wenig trinke immer Es gibt zwei Möglichkeiten Ich trinke viel zu wenig oder ich trinke viel zu viel Heute müsste Samstag sein, glaube ich Wenn, genau Heute Samstagmorgen, Sonntagmorgen gehen wir Kano fahren Freue mich auch schon sehr drauf, würde ich sagen Okay, Bruder Das sieht auch nicht so cool aus, bin ich ehrlich Ich bin ehrlich, sieht gar nicht mal so gut aus Was für Daten haben wir denn hier? Das ist ein Scharfschützer, okay Netrunner Scharfschützer Henker mit einer vollautomatischen Waffe Was passiert denn hier gerade? Ding Das sind alle Das ist der Scharfschützer, ne? Okay der bringt uns hier halt nicht viel Emperor, ach ne Netrunner von Arasaka Okay, pass auf, wir breachen mal kurz BD E9 55 BD Schau ich schon mal von hier aus nicht? So, warte mal BD E9 Schau ich auch nicht BD E9 Schau ich auch nicht BD E9 Schau ich auch nicht Meine Fresse, Alter BD E9 So, BD E9 Deck mich am Arsch, Alter Terminal verlassen Mhm So, erstmal kriegt er hier eine Cyberware Störung Und bei ihr machen wir eine Cyberpsychose Dann zieh ich mal kurz Falsche Waffe Zieh ich mal kurz eine Shotgun und gucken was da passiert Und dann geht's Und dann geht's Das wird geredet Ich lebe mich BD E9 Und dann geht's Ich bin Und dann geht's Dich Und dann geht's Und dann geht's Boah, Alter. Junge, ey, geht mir nicht auf den Sack. Kannst du sagen, kannst du ja wieder loben. So, ich habe übrigens ein neues Messer. Okay, da liegt einfach ein Toter. Hier noch einer. Zucker. Okay, ich kann ja nicht loben. Cool. Gutes Spiel einfach. Perfekt. Und hier haben wir einen Schutzanzug, Kunai und ein Gespräch. Möchtest du gerne lesen? Wenn es dir erlaubt ist. Ja, okay, halbe Buch, Junge. Ich vergesse es. So, dann fahren wir mal kurz hier hin. Die Tarotkarte holen, dann fahren wir... Fahren hier hin und dann hier lang. Würde ich sagen. Kurz mal ein Auto klauen, let's go. Habe ich markiert? Ja. So. Guck mal, das Ding hat auch einen Wendekreis wie zwei Busse, Alter. So. Zack. Dann haben wir hier unten eine Tarotkarte. Upsi. Haftbefehle lassen, ja. Nur, dass hier oben halt keiner ist. Alter. Wie kommt das Drecksteil jetzt hier hoch? Ach, kurz Unterbrechung. So, wieder da. Mann! Dämlich Scheißteil, Alter. Uh. Wolf's only hole at night. Hm. Ich würde sagen, die sehen halt hier drin so krass anders aus, Alter. Da ist er. Der Mond. Der Mond erinnert uns daran, dass die Wirklichkeit nicht immer so ist, wie sie auf den ersten Blick erscheint. In einer Welt voller Schein und Illusionen gibt die Intuition uns oft den besten Pfad vor. Der Mond ist außerdem die Karte der Träume, der Begierde und natürlich des Schlafs. Dieses nächtlichen Rituals des Todes. Okay, Bruder, seid ihr besoffen, Alter. Gut. Es hatten die keine Verfolgung mehr. Okay, gut. I guess. Warum stehen die überhaupt hier vor? Scheint Presse gewesen zu sein, von privat aus. Würde ich schätzen. Gut. Schauen wir mal kurz hin, wo wir fahren. Dahin, würde ich sagen. Let's go. Meine Fresse habe ich als Schmerz, ne? Ist ja echt unschön, muss ich sagen. Ich weiß übrigens auch nicht wovon. Also... Kein Plan. Ich tippe auf öffentlicher Nahverkehr. Ich weiß es aber nicht. Nur so ein Guess. Weil bei uns auf der Arbeit ist eigentlich keiner krank. Meine Frau ist nicht krank. Dementsprechend eigentlich. Gute Voraussetzungen. Wobei bei der Arbeit von meiner Frau ist nicht krank. Vielleicht hat sie sich verschleppt. Kann sein, muss nicht. Ist mir auch egal. Den Wagen habe ich übrigens hier gepackt. Vor diesem Automaten, der jetzt auch leer ist. Ich habe keine Ahnung, ob die irgendwann aufgestockt werden. Keinen blassen Schimmer. Ich muss aber auf jeden Fall mal wieder verkaufen. Ich glaube übrigens, die hier ist neu. Das ist ein Unterschlupf. Okay. Machen wir mal kurz die Minen aus, würde ich sagen. Da liegt einer. Muss sie jetzt hier jeder ausmachen? Ich habe echt wenig Munition, ne? Meine Fresse, ey. Ach, leck mich doch am Arsch. Komm. 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 Da war noch eine. Die habe ich nicht gesehen. Darf ich jetzt den mal angucken? Vielleicht. Nö. Darf ich nicht. Okay. Dann halt nicht. Dann leck mich halt am Arsch. Dann tragen wir mal kurz hier hoch. Ich kann das Auto nicht mehr fahren. Cool. Ach so, klar. Von hier aus kann ich einsteigen. So. Dann wollen wir mal kurz nach vier. Würde ich sagen. Da ist noch eine Tarotkarte. Da ist noch eine Tarotkarte. Da ist noch ein NCPD Dialekt. Dialekt. Genau. Delikt. Holen wir uns das mal eben kurz. Heilige Scheiße. Warme. Wir haben jetzt gerade eine Innentemperate von 27,5 Grad. Ist nur so. 6 zu 4. Bis 7. Unter 21 finde ich auch immer noch. Das sind aber feste Statuen. Egal. Krasse Mucke auf jeden Fall. Wir holzen hier mal kurz lang. Oh, ich weiß wo wir sind. Okay. Urne von RJ Griffin. Kurzer Ping. Ist hier nur einer? Und weg. Was macht ihr denn hier, Alter? So. Kurz Gespräch. Ja, ne. Ich möchte mal kurz eine Realitätsüberprüfung begehen, ne? Ich hatte hier doch irgendwo mal ne Pistol mit nem Schalli drauf. Ich weiß noch nicht mehr welche das war. Die hier war das. Äh, kurze Realitätsüberprüfung. Haben wir ne bessere? Dann würde ich ja die nehmen. Guck mal, die macht bis 290 Schaden. Schaden. So. Ich würde gerne einfach nach totalem Schaden sortieren können. 331. Ich glaube Revolver sind so die besten Knarren, was Single Target Damage angeht, oder? Bestimmt. Kann man nach Schaden sortieren? Schaden pro Sekunde? Naja, okay. Ne, kann man nicht. Gut. Dann schrauben wir hier mal kurz ein Schalli drauf. Das ist ein Schalli, oder? Schalldämpfer, ja. Okay. 2,5, wenn du aus der Teilung heraus angreifst. 2. 2,5. Okay, 2,5 ist scheinbar Maximum. Wo ist das andere? Da ist das andere Gerät. Was hatte ich hier für einen drauf? 2,5. Ja, okay. Den montiere ich mal runter. Genauso wie die Optik. Äh, und dann hätte ich gern den Willen. Scheiß Revolver. Guten Tag. Witzige Waffe. Und dann looten wir hier mal kurz den. Shit. Wer hätte ich ja besitzt. Kann ich die Nachricht lesen, die da drin war? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Nö. Okay. Gut, kurz unterbrechen nochmal. So, etwas länger weg gewesen. Ähm. Neue Nachricht. Sehr geehrter Mr. Griffin. Selbstverständlich haben wir noch Platz für Sie in unserem Terminkalender. Zu Ihrer Information, unsere Operation für Hauttransplantation und Gesichtskorrektur, Genanpassung und Stimmkalibrierung dauert etwa 12 Stunden und wird unter voll Narkose durchgeführt. Bitte nehmen Sie innerhalb der 48 Stunden vor der Operation weder Alkohol noch psychoaktive Substanzen zu sich. Vielen Dank und bis dahin. Okay. Interessant. Gut, dann holen wir uns das Ding nochmal. Die Tarotkarte. Wer will das gemeldet haben? 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 Klar, plötzlich ist da eine Drohne. So. Okay. Mama. Ähm. Darf ich mir das angucken? Sie schaut uns immer noch zu. Und sie hat es so gut. Okay. Cool. Ich hab keine Ahnung, wo Graffitis waren, ne? Journal. Tarot. Ich hab legitim keine Ahnung, was wir uns da gerade angeguckt haben. Okay. So ein Dub mit einer Gasmaske, die so nach oben geht. Ähm. Tarot. So ein Dub mit so einer Gasmaske, die nach oben geht. Der ist da. Die Mäßigkeit. Die Mäßigkeit ist die Karte des Gleichgewichts. Sie kann für Selbstbeherrschung stehen oder für einen langsamen Wandel zu einem reiferen Gleichgewicht hin. Die Mäßigkeit wird damit in Verbindung gebracht, die Kontrolle über sich selbst zu haben und nach ihrem Frieden zu streben. Inneren Frieden wahrscheinlich. Ich hab mich vermutlich verlesen. So, kurze Realitätsüberprüfung. Wir wollen dahin. Problem ist, auf dem Weg werden. Wir haben wahrscheinlich noch zwölfmal von irgendwelchen Bots gesehen und... Das ist nervig. Ah ne, doch. Ich hab noch Sterne, okay. Ich dachte gerade kurz, sie wären weg, aber anderen sind sie nicht. Aber sie gehen gerade weg. Ich hab immer noch nicht rausgefunden, wonach äh, Sterne verschwinden. Also nach Zeit nämlich nicht. So, jetzt haben wir es nicht mehr. Da oben ist irgendwas. Okay. Ich hätte wahrscheinlich auf der Brücke bleiben sollen und runtersnipen, ne? Hm. Ich seh da niemanden. Oh, sieht mir ja nach einem Unfall aus, ne? Wie? Ich hab mit Elisabeth gesprochen. Oder Elisabeth. Sie hat bestätigt, was du mir gesagt hast. Wie lange läuft das schon so? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wann es angefangen haben könnte. Aber... Das ist ja nicht... Äh, das ist ja... Was, Junge? Aber das ist ja... Aber das ist ja gerade... Meine Fresse, aber das ist ja gerade! Alter! Schreib in einer Nachricht, du Hurensohn! Aber das ist ja gerade. Nicht wahr? Ich kann mich nicht einmal auf meine eigenen Erinnerungen verlassen. Wer weiß, wie viel davon überhaupt echt ist? Ich erinnere mich... noch an meinen Bruder. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Warum taucht er plötzlich in meiner Erinnerung auf? Elisabeth hat mir diesen Raum gezeigt, den ihr gefunden habt. Was zur Hölle ist hier los? Ich habe das Gefühl, die völlige Kontrolle... äh, völlig die Kontrolle verloren zu haben. Die waren bei mir zu Hause. In meinem Haus, verdammte Scheiße! Ich werde kein Auge zutun, bis wir diese Drecksäcke erwischt haben. Und sie waren nicht nur irgendwo in meinem Haus, sondern überall. Das ganze Haus ist verwandt. Scheiße, wie? Wenn die bei mir zu Hause sind, überwachen sie auch mein Telefon. Die wissen sich ja schon von dir. Was hast du jetzt vor? Junge, ey, halbe Hörbuch. Oder besser gesagt, halbe Buch. Ist ja nur ein Buch. Ich lebe mir vor schon, dass wir keine Antwort mehr kriegen. Ich schließe mal. Gut, neutralisiere die Bedrohung. Ich glaube, hier brauche ich keine Bedrohung neutralisieren. Neues Lager. Hey Frank! Das alte Lager ist verbrannt. Hab mich mal umgehört. Anscheinend haben es die Bullen hochgenommen. Also hat uns entweder einer verpfiffen, oder die Cops beobachten uns. Halt auf jeden Fall die Augen offen. Ich schicke dir den Standort vom neuen Lager bei Japontown. Koordinaten in Mana. Achte darauf, dass dir niemand folgt. Kim. Jefferson Perales. Fehler. Kontakt nicht gefunden. Wer hätte damit rechnen können? Ne, das wollte ich nicht. Junge, ist das ein Kolder. So. Der Paar ist auch schon zu Ende, ne? Ich würde sagen, beim nächsten Mal. Der Paar ist nicht ganz zu Ende, ne? Aber fast. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir die Rückholaktion. Dann schauen wir uns hier unten die NCBD-Aufträge noch ein bisschen an. Wo gehört das hier eigentlich zu? Wahrscheinlich jetzt zum Outland, ne? Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis dahin. Tschüss!